so meine lieben da sind wir wieder mit einer weiteren folge bei guild wars 2 lebendige welt staffel 3 als allererstes würde mich mal interessieren es sind jetzt seit ein paar wochen die neue erweiterung raus so die letzten kapitel von secret of the obscure und ich glaube ab level 17 ich glaube ja oder irgendwie sowas um den dreh was sagt ihr zu der story ich bin ehrlich ich habe sie noch nicht gespielt ich weiß aus der gilde dass ja das jetzt nicht so berauschend war deshalb ich bin mal sehr gespannt was ich dazu sage wenn ich dann mit meiner wiedergängerin die geschichte spiel mit meinem freund zusammen mit seiner family aber jetzt sind wir zurück bei unserer lebendigen welt staffel 3 wir sind in kapitel 4 der große der kopf der schlange und sind neue befehle von der königin wir haben im letzten part das ende der belagerung abgeschlossen wir haben vielem dorik see unternommen und schauen jetzt einfach mal was heute ja wieso machen was königin jenna für uns hat ihr macht mir keine angst wer hat es gesagt kind dort was kind droht ah hier halt wer seid ihr ein einträninger vom weißen mantel ich bin eine wache der glänzenden klinge halt und bleibt angehalten und bleibt angehalten ich ergebe mich ich ergebe mich nein ihr sollt euch nicht ergeben ich habe euch doch gesagt ich bin von der glänzenden klinge ihr müsst das richtig machen ich weiß nicht genau was ich was ihr meint ach ihr versteht überhaupt kein spaß aber süß dass sie sich als klänzende klinge das blatt hat sich gewendet eure majestät wir müssen lediglich noch den letzten widerstand beseitigen das haben wir zu einem gut teil dem kommandeur hier zu verdanken wenn ich mehr da draußen hätte sein können ihr habt eurem königreich gut gedient logan das steht fest eure majestät was ist mit dem kopf der schlange dieses schlüpfrigere teil ist auf der flucht um in seinem bau zu sterben ich würde ja sagen dass wir dort alles niederbrennen und so das problem lösen aber es sind noch unschuldige im anwesen kann auch und seine abteilung der glänzenden klinge sind dort sie warten darauf dass nun kann auch möchte seine verpflichtung mir gegenüber füllen und ich werde nicht zulassen dass kaudekus noch den nächsten sonnenaufgang miterlebt dann sollte ich gehen um sicherzustellen dass die gerechtigkeit siegt und für alle fälle das sehe ich auch so und ich habe da jemanden der euch bei dieser sache äußerst hilfreich sein könnte kommandeur ich kann euch hineinbringen ich kenne einen weg es gibt ein paar tunnel hinter dem anwesen die tochter des schurken da sehe ich allerdings ein paar probleme das ist doch demi die kennen wir doch die haben wir doch damals in unserer persönlichen geschichte irgendwie mal beschützt irgendwie der name kommt mit zumindest irgendwie bekannt vor ich meine ist er noch gefährlicher ist die anders wenn das jemand wissen kann logan nimmt die seraphen und sorgt dafür dass niemand durch die vordertür abhaut wir werden mit hilfe von fürstin beatlestones wissen über die gehyptfade ihres vaters diese krankheit mit größter präzision entfernen gräfin anis ist ja richtig gut drauf und ich sehr richtig angepisst der kommandeur gesagt hat um sicherzustellen dass die gerechtigkeit sieht und für alle fälle anis ihr solltet in götterfels bleiben der mir ist eine verbündete eine fähige frau die nicht beaufsichtigt werden muss oh natürlich wie ihr befehlt dann an die arbeit leute ihr habt eine schlange zu köpfen logan ich muss kurz mit euch reden bevor wir aufbrechen klar gridlock und ich haben eine neue gilde gegründet jetzt da ihr wieder auf den beinen seid habe ich mich gefragt ob ihr nicht zurückkommen wollt aber in die drachen wacht ein interessantes angebot kommandeur aber ich habe andere pläne ohne werden hat mich letztens besucht und mir die position des packt marschalls angeboten ich wollte das ist gut zuerst dachte ich das wäre nichts für mich aber meine verletzungen und dann der tag heute nun mir wurden die augen geöffnet bezüglich meiner aufgabe hier ihre majestät hat immer alles auf ihre weise erledigt es ist an der zeit dass ich das auch tue das ist eine große ehre die ihr mehr als verdient habt habt ihr es ihr schon gesagt ich vermute sie wird ziemlich enttäuscht sein ich denke sie wird sich schon damit abfinden viel glück bei eurer mission wir sehen uns auf der anderen seite ok logan hat einen anderen job ok vielleicht hat das auch damit was zu tun dass die eine estelle die eine minister mitglied damit da die so ein bisschen unfug getrieben hat die wir auch schon mal verdächtigt haben mit dem weißen mantel in kontakt zu stehen die hat ja da so eine kleine bombe platzen lassen vielleicht liegt das damit auch irgendwie zusammen dass logan jetzt gesagt hat okay um den schein zu wahren und zu sagen okay so ist es nicht dass er sich ein bisschen von jana fern hält so wo müssen wir denn überhaupt jetzt hin das ende des beichtvaters findet und besiegt beichtvater kodekos trefft euch mit demi am hintereingang zum herrenhaus betelstone am doric see ok wir müssen hierhin beim doric see ok das ende des beichtvaters sind wir dann schon am ende des kompletten geschichtsteils das wäre ja krass dann werden wir ja ziemlich schnell vorankommen ich glaube wir sind bei folge 16 wenn ich mich nicht täusche wir haben letzte oder vorletzte folge viele herzchen gemacht wir haben in einer folge alle herzchen geschafft und wir hatten genau sechs herzchen die es schon in sicht hatten wir müssen hier hin ne nette greif da lang oder ja da ist die das unser sternchen und das natürlich überall bösewichte habe ich den brief mir schon mal angeguckt scheint so oh hier liegt auf jeden fall ein seraphetod so auf geht's ich bin ja mal sehr gespannt ich kann mich gar nicht daran erinnern ist das jetzt schon wirkliches ende es gibt einige geheime tunnel über die wir nach oben ins anwesen gelangen okay ich war schon mal da seid ihr in ordnung ich hatte schon vermutet dass es eines tages hier zu kommen würde aber wieder hier zu sein nun wie dem auch sei die treppe hoch da links wir werden entweder unterwegs auf kardekus treffen wenn er zu fliehen versucht oder wir finden ihn in seiner bibliothek wenn er kämpfen möchte okay ich bin sehr gespannt ob er freiwillig den kampf meidet oder ob er ja den kampf uns ansagt aber ich kann mir gut vorstellen dass er zum kämpfen bereit ist wie kommen wir hoch stimmt aber die treppe oder woher liegen lauter leute rum wobei 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 so moment ja noch nicht da als ich das letzte mal hier war oh dekus muss sein sicherheitssystem verbessert haben wenn die information aus der abteil durmant stimmt würde ich vorschlagen dass wir uns vorbeischleichen oder sie nacheinander ausschalten vorbeischleichen die methode der wachsamen am besten einfach mit gezückten schwertern hineinstürmen wieso hat sie mich jetzt nicht unsichtbar gemacht verstehe ich jetzt nicht ja ja ich bin auch schon links hinter dir die anis ist da nachgedacht und beschlossen das kann nach kardekus schon einmal hat entwischen lassen dieses mal darf ich nichts dem zufall überlassen wir sollten zu kann nach stoßen und dafür sorgen dass das nicht noch einmal passiert wo befindet er sich sie weiß es nicht die glänzende klinge hat den kontakt zu kann nach und seinen männern vor stunden verloren ist das wahr wieso habt ihr mir das nicht gesagt ihre führung kommandeur ich mag die scharfe zunge dieses silvari aber unser ziel ist kaudikus wir können jetzt zeit mit streitereien vergeuden oder wir verschaffen uns einen überblick über die lage wenn kann nach etwas zustößt mache ich euch persönlich dafür verantwortlich diese mission ist wichtiger als ein einzelner soldat geht voran fürst in beatles down okay die ist ja gut drauf wenn man das mal so sagen darf so und ach du liebe neun ja bitte unsichtbar machen ein guter plan über einfach drauf so geht es natürlich auch so kann man es natürlich auch machen einfach drauf hauen oh mein gott oh mein gott hilfe wieso könnten wir da nicht einfach unsichtbar durch rennen können denn achten wir doch auch zuvor die möglichkeit nicht bringt nichts zu fallen ja toll okay die nächsten kommen schon da kommen die nächsten schon hey schubs mich doch nicht weg genau in dem moment wo ich meinen angriff machen will das ist sehr nett hey ein geschöhn er bringt uns um okay oh nein jetzt kommt schon veteran ach gut wo will der denn hin ja jetzt schmeißt er uns durch die gegend auch gut ja das würde ich auch sagen immer der nase noch sie rennt hier rechts lang okay da liegt man von der glänzenden klinge und nein glänzende klingeln ja geschränkt so kommandeur es tut mir leid dass ich kanach und seine männer nicht schon vorher erwähnt habe mir gehen gerade tausend sachen durch den kopf ihr seid auf einer mission euren vater zu eliminieren ich denke das ist zu verzeihen es ist aber nicht nur das falls wir auf ballett wie stoßen lasst mich bitte mit ihr sprechen okay sie ist meine freundin und gehört zur familie vielleicht kann ich sie ja zur vernunft bringen wie hoffnungsvoll doch die jungen noch sind ihr werdet nicht zu ihr durchdringen können kind sie ist eine verräterin und eine verbrecherin wir werden sie nicht verschonen dann werdet ihr erst an mir vorbeikommen müssen habt ihr das gehört okay was ist das ja dann schnell wir wissen ja nicht wer da gefoltert wird schnell 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 oh nein da ist noch jemand die sprechblase wer ist denn das jetzt schon wieder hoch inquestor viktor ah dahin ist kann auch okay kann auch hat schon mal überlebt das hätte er gerne dass wir gestehen aufgeladen erst verteidigung dann an das war ein knaller feuer das sieht sehr interessant aus dieser hoch inquestor viktor waren das alle die luft scheint rein zu sein schön euch zu sehen kommandeur hallo schon auf jeden fall meine kopfhäure rutschen heute alles von meinem kopf ist schlimm genau in meinem blick da hatte ich euch gar nicht aufgeladen wenn ich nur daran denke dass ich euch fast vermisst hätte habt ihr meinen vater gesehen kaudekos ein animalischer mann mit äußersten unruhigendem barter er er schien ziemlich wütend zu sein dass er nicht auf dem thron kreiters sitzt so sehr dass er ist er wirklich euer vater das tut mir leid ein garner er hat blutstein konsumiert den seine lakaien aus dem überresten der explosion gesammelt haben vatersicht leider aufpassen ich sehe ihn schon seit langer zeit nicht mehr als mein fahrer gibt mir recht sie sollten aufrechnen bevor er seinen zorn hier für zivilisten richtung er würde kreiter lieber brennen sehen als es nicht zu beherrschen oh mein gott haut der eigentlich durch die gegd oh mein gott okay da unten haben wir noch welche aber das sind nur so anheuer des weißens mantels müssen wir links ja rechts ist eine sackgasse da geht es nicht lang bei den sechs wer hat denn dieses loch in die scheunentür gesprengt ich fürchte das war ich ich hätte gedacht dass sie das inzwischen repariert hätten leiden sollte ich aufgeladen macht gibt mir recht brutzelt ihr freunde ne ihr feinde sind ja unsere feinde sind ja unsere freunde so äh wo sind wir denn jetzt ich vermute mal wir müssen weiter hier rein ich habe einige ihrer gespräche in den tunnel mitbekommen bevor ich gegangen bin sie sind separatisten die nach einem weg zurück in die heimat suchen kümmert ihr euch um diese trottel ich sage loben bescheid dass er seinen angriff bekennen soll okay anis geht und da geht die tür auf okay der erste seraph der uns in die quere kommt wird gefressen werden tierbändiger man wird nichts weiter meistert tierbändiger im zirkus in dem man nett ist wie war das mein junge du riechst ein paar verdorbene kollaborateure los zeigt euch wenn ihr euch traut wenn wir uns trauen ich würde nicht so große töne spucken mein freund blieb hier wo willst denn hin abhauen ist nicht Da haben sie sogar irgend so ein Tier. Ein Jagdhund, das hab ich ja immer erst gesehen. Okay. Ah, wir sind jetzt hier. Okay, jetzt weiß ich auch, wo wir wieder sind. In diesem Haus da. Und jetzt? Hallo. Und? Ganz gut. Ja. Oh, da sind sie schon direkt. Da sind sie schon direkt. Ey, schubst mich doch nicht so rum hier. Da haben wir auch noch einen. Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Äh, hier, oder? Ich muss mal die Karte mal lang machen. Okay, wir haben auf jeden Fall drei Sehenswürdigkeiten hier. Wo sind wir denn überhaupt? Hier ist eine Sehenswürdigkeit. Hier. Wir haben fünf Sehenswürdigkeiten. Okay, ich glaube, die erste ist hinter uns gewesen. Brief. Hier ist auch irgendwas in irgendeinem der Story-Kapitel, was man machen kann, wo man die ganzen Briefe finden muss, lesen muss. Irgendwas war da. So, by the gates. Ähm. Hier kommt... Oh. Warum denn nicht? Oh, das hat eine Werfe bitte für Geschmacksverehrungen. Okay. Okay. Unter den... Ah, okay, machen wir das. Ah, mein Leben. Das haben wir gemacht mit dem Kronleuchter. Okay, er ist schon wieder weg. Wo ist er? Wah. Wah. Mist. Oh. Mein Gott. Okay, irgendein Feld hat er wieder unter sich. Okay, den haben wir. So, wo ist er? Da. Ja, und jetzt bin ich einfach tot. Wovon? Wieso? Genau, ihr habt seinen Trotzpaar weggemacht. Das ist schon mal sehr gut. Ach. Och, Mann. Okay, hoffen wir mal, dass wir ihn jetzt kaputt kriegen. Also irgendwas war mit diesen Portalen. Wenn man da reinkommt, wird man durch die Gegend geportet. Komm, schnell, bevor er seine Trotzpaar hochmacht. Los, 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 los. Okay, jetzt hat er wieder seine Trotzpaar. Ey. Schubs mich doch nicht. Oh, oh, jetzt wird spannend. Ich kann das in Ordnung bringen. Wir werden es noch einmal versuchen. Ihr und eure Mutter. Ich werde euch beide in den Nebeln treffen. Nein! Oh nein. Er hat seine eigene Tochter umgebracht. Wir werden wieder eine Familie sein. Wovon träumst du bitte nachts, Junge? Scheiße. Demi! Bitte! Bitte nicht! Valette! Haltet ihn auf! Er ist abgehauen. Das Ding ist massiv. Es war... Er meinte, Greta würde... Es tut mir leid. Es tut mir leid, Demi. Last! ihn keine weiteren Leben vergiften. Tretet weg von ihr, Verräter! Ihr seid für dieses Chaos verantwortlich und Kau-Dekus ist verschwunden! Gräfin, was... Demi? Ich wollte nichts. Ich kann euch zu ihm bringen. Ich werde euch zu diesem Monster führen, damit ihr ihn erledigen könnt. Damit wir ihn erledigen können. Und dann verratet ihr uns während des Kampfes? Sehe ich aus wie eine Idiotin? Ich will nur diese Sache zu Ende bringen. Dann werde ich jedes Schicksal akzeptieren, das ihr für angemessen haltet. Anis, ihr meintet, Kau-Dekus wäre unser Ziel. So sei es. Logan, bleibt ihr bei ihr? Natürlich. Die Seraphen haben den Rest des Anwesens gesichert. Ich werde sehen, ob ich einen Sanitäter finden kann. Ja, macht das. Vielleicht können wir irgendwie noch helfen. Dort hat er Blutstein gelagert. Wir müssen also vorsichtig sein. Ah, ein neuer Horizont. Hm. Kann ich hier irgendwie die Punkte holen? Hm. Nee. Nee, okay. Die Punkte können wir leider nicht holen. Ich weiß nicht, ob die hier... Aber wir sind nochmal hier irgendwann drin. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Dann schauen wir jetzt mal, wo es hingeht. Oh. Oh nein. Was ist denn das jetzt? Okay. Okay. Wie lief wohl das Gespräch mit dem Bildhauer ab, als er diese Dinger in Auftrag gegeben hat? Ich brauche mindestens sechs Reliefe meines Gesichts. Nein, nein, größer. Mindestens zweieinhalb Meter hoch. Es muss etwas sein, dass mein innerstes Wesen einfällt. Eine schrecklich Fehlgeleitung... Das sieht so kuselig aus, wie diese Gesichter hier alle in die Mitte starren. Erst werft ihr das Äußere weg und kocht das Innere. Dann esst ihr das Äußere und werft das Innere weg. Was habt ihr gegessen? Wie, was habe ich gegessen? Äh, was ist da jetzt aufgekommen? Eine Muschel? Also was... Er hat gesagt. Erst werfe ich das Äußere weg und koche das Innere. Dann esst ihr das Äußere und werft das Innere weg. Äh... Muscheln, Huhn, Bienenstock, Traube, Brot, Pilz. Erst werfe ich das Äußere weg und koche das Innere. Dann esst ihr das Äußere und werft das Innere weg. Äußere weg, Bienenstock, Bienenstock, Trauben, Brot, Pilze, Sonnenblume, Mais, Muschel, Huhn. Hat das gestimmt? Okay, das war jetzt einfach geraten, aber es hat irgendwie auch am meisten Sinn gemacht. Okay, jetzt kommt das nächste Rätsel. Oh Gott, ich liebe Rätsel. Ich bin halb so schlau und doppelt so stark. Ich habe einen Tritt, den ihr nicht vergessen werdet. Okay. Was haben wir hier? Bienenstock ist nicht, äh, Centaure. Also, ich bin halb so schlau und doppelt so stark. Ich habe einen Tritt, den ihr nicht vergessen werdet. Also, halb so schlau, dafür doppelt so stark und Tritt. Heißt, auf jeden Fall wird ein Centaure in Frage kommen, Geschützturm, Tritt nicht, ein Hammer tritt nicht, ein Kristall tritt nicht, ein Gewehr tritt nicht, ein Trank erst rechnet, ein Wein und dann zertrauchen, oder? Oder? Ja, okay. Oh, da ist er, oder? Hier habt ihr das angetan. Hier habt alles zunichte gebar. Äh, er ist etwas größer und noch verrückter geworden seit unserer letzten Begegnung. Bei den Göttern. Eine Maske mit seinen Gesichtern auf. Keine Ahnung. Beenden wir diesen Irrsinn. Nur zu gerne. Nach einem gerechten Verfahren vor dem Thron Kratas werdet ihr hiermit verurteilt. Ach, vergesst es. Töten wir ihn einfach. Bier kommt mit mir. Sein Schild ist zu stark. Stellt euch. Übergroßer, maskierter Feigling. Nutzt die Scherben. Überführt Blutstein. Magie wird es überwägen. Scherben, okay. Magie durch drungenen Verrückten noch mehr Magie geben? Vertraut mir, ich habe ein paar Dinge aufgeschnappt. Eine Überlastung endet nicht schön für das Versuchsobjekt. Auch ihr, Valette? Der Verrat nimmt heute kein Ende. Ihr habt sie erschossen. Eure eigene Tochter. Sie hat mich verlassen. Dafür hat eure Mutter gesorgt. Oh, na toll. Blutsteinscherbe. Geht da die Trotzbar dann runter? Ich kann es nicht... Doch, doch, stopp. Die geht runter. Jetzt ist sie unten. Na toll. Oh mein Gott. Das ist was hier. Also das ist was. Da sind... Oh, ich bin... Oh mein Gott. Also der Typ ist ziemlich hartnäckig. Also... Anders kann man es nicht sagen. Ich habe hier echt ein bisschen Schwierigkeiten. Ich denke, da würde einmal sein Schild... Ich glaube, man muss im Schild stehen und mit den Blutsteinscherben auf den werfen. So, ich meine echt, man muss in den... Das Schild rein, weil sonst wird man... Oh mein Gott, jetzt dreht sich die Plattform. Habt ihr es gesehen? Weil dann kriegt man, glaube ich, nicht so viel. Schaden. Okay, ich glaube... Ah! Mein Leben! Wir haben ihn! Oh mein Gott, wir haben ihn! Oh mein Gott! So, was ist da? Ein Portal. Okay. Haben wir ihn jetzt echt besiegt? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, das war's. Nee, findet und besiegt Beichtvater Kautekus. Ah nee. Wie geht es ihr? Sie hat nach euch gefragt, Valette. Oh, Demi. Anis. Während die anderen beschäftigt sind. Was meinen Häftlingszettel angeht. Ihr verliert keine Zeit, weh? Nicht, wenn es meine eigene sein sollte. Ihr habt mir treu gedient. Und angesichts der Tatsache, dass das bärtige Rektil irgendwo unter mir begraben liegt, ist es wohl angebracht zu sagen, dass ihr euren Teil der Abmachung eingehalten habt. Ihr dürft euch als freier Silvari betrachten. Das ist sehr nett von ihr. Dass sie ihr Wort hält. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich gut an. Okay, jetzt wird Demi überlebt. Demi, das steht, zieht sie. Und Demi. Wer? Tybald! Tybald habt ihr... Tybald. Tybald, Tybald. Demis bei unserem Freund Tybald. Bringt sie zurück zu ihren Pateneltern in Götterfels. Sie werden sich um die Bestattung kümmern wollen. Oha, wie schlimm. Aber wir verlieren irgendwie mehr Freunde, statt neue zu gewinnen. Nun, ich hoffe, ihr seid bereit, ihr in den Nebel zu folgen, Valette. Ich? Ja. Gräfin, Valette hat geholfen, obwohl sie es nicht musste. Und ich bin mir nicht sicher, ob Demi das gewollt hätte. Sie sollte vor Gericht gestellt werden. Frühere Taten. Man sollte die Chance haben, diese wieder gut zu machen. Wie kann er? Heute schon zu viele gestorben. Und bei mir ist kürzlich eine Position frei geworden. Sie wird bei mir bleiben und ihre Strafe als mein Mündel verbüßen. Danke für eure Gnade. Wartet mit eurem Dank, bis ihr ihr eine Weile gedient habt. Ihr werdet euch schon nach wenigen Tagen nach einer Zelle sehnen. Als ersten Schritt auf diesem Weg möchte ich euch sagen, seht euch Kau-Dekos Gemächer an. Ich denke, ihr werdet hier mehr als nur ein paar Dinge von Interesse finden. Geht. Logan und ich werden sie nach Götterfels bringen. Vielleicht wird sie eines Tages Buße tun für ihre Taten und sich bessern. Wie die kratanische Faltenlilie. Genau. Kommandeur, ich bin beeindruckt. Ihr kennt euch mit Pflanzen aus. Das ist die Lieblingsblume der Königin. Wusstet ihr das? Das wusste ich. Das hat sie uns gesagt. Ich wollte eigentlich gehen. Aber ich möchte unbedingt sein Zimmer sehen. Schließlich war sein Verlies schon so beeindruckend. Logan so, ja gut, komm, wir gehen. Tschüss. Ich würde aber sagen, für die heutige Folge haben wir jetzt schon viel, viel erlebt. Sonst wird sie viel zu lang. Wir machen das auf jeden Fall nächsten Montag weiter. Für mich geht es jetzt im Anschluss direkt weiter. Ich hoffe, du freust dich auf den nächsten Part. Hast dich sehr über diesen Part gefreut. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Like und einen Kommentar von dir freuen. Und wenn du neu bist, dann wie der Standardspruch von mir, dann darfst du gerne den Abo-Button klicken. Das ist kostenlos. Du unterstützt mich sogleich und bist somit auch ein Teil der Community. Und ich kann dich ganz herzlich willkommen heißen. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und da wir jetzt hier in unserer eigenen Instanz sind, winken wir. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.